Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Ich zeige euch hier nochmal von Luis aus dem Steam Workshop. Der hatte ganz viele Skins, bringt er da so raus. Da will ich euch dieses Paket oder diese Workshop-Seite mal zeigen. Ich glaube ganz viele, ganz viele Slots mittlerweile, die ihr euch hier herunterladen könnt, wie zum Beispiel Diffback, finde ich auch ganz cool. Da sind auch immer dann die Krone-Auflieger mit am Start, die dann zum Beispiel so aussehen. Finde ich richtig gut gemacht, also richtig toll. Willem Knepper, also ganz viele namhafte Firmen ja auch mit am Start, jetzt in dem Fall für das Wildentrail. Ihr müsst einfach schauen, welche LKWs vor allen Dingen enthalten sind. Hier in dem Fall MAN und der DAF XG Plus 2021, Mercedes New Actros. Da seht ihr halt dann schon, es ist natürlich nicht nur für den MAN, sondern auch für den DAF hier enthalten, das Ganze. Und finde ich dann richtig, richtig stark. Und das zieht sich komplett durch. Richtig namhafte Firmen. DAXA. Was haben wir hier noch alles mit? Heidenfellner, Böcker, K und N, Kühnagel, Osheto, Neidtransporte. Unendlich Geld und EP. Kann man auch immer gut gebrauchen, logisch. Und der macht dann immer komplette Skin-Pakete, so nenne ich es einfach mal. Also LKW und dazu passende, also LKW und Trailer. Dann ist das gleich eine runde Geschichte, wenn man alles beide zusammen hat, das Ganze hier. Also kann ich wirklich nur empfehlen, ich packe euch diesen Link mal in die Beschreibung. Und ich habe mir jetzt ingame einfach mal seinen Bischof Skin, weil ich den jetzt erst auf der Autobahn wieder fahren habe sehen. Einfach nochmal so zum zeigen, wie das aussieht. Jetzt in dem Fall der DAF XG Plus. Sieht bei mir jetzt so aus, der Skin. Ich habe jetzt auch gar nicht viel dran rumgeschraubt am LKW. Jetzt ging es erstmal nur um den Skin an sich. Und natürlich der KRONE Trailer Skin ist dabei. Das ist der von SCS. Und dann habt ihr halt diesen Skin hier mit am Start. Finde ich richtig toll. Und so geht es auch richtig schick aus. Also tolle Geschichte. Kann ich wirklich nur empfehlen. Schaut auch mal drüber, wenn ihr da den passenden Skin sucht für irgendeine Spiegelzungen, wo ihr sagt, ja, die kenne ich, die will ich mal fahren oder whatever. Dann tut das gerne. Ladet euch das da runter. Und da kommen wir immer wieder neue Updates raus. Wo bin ich jetzt hier? Kann ich hier was finden? Kann ich hier was finden? Genau, da könnt ihr hier mal schauen, was es hier noch so gibt, was noch so kommt. Und vielleicht findet ihr da ja noch was, was für euch genau mit am Start ist, was ihr gebrauchen könnt. Coole Sache, oder? So, falls ihr dazu Fragen habt, dürft ihr das natürlich gerne machen. Einfach kommentieren. Entweder hier oder im Steam Workshop. Da sucht euch das passende raus. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und danke an Luis für diese tolle Skinarbeit hier mit den ganzen Trailer- und LKW-Skins. Das finde ich auch immer schön, dass ich nicht nur Trailer-Skins gibt, sondern auch die Skins dann gleich passend für den LKW. Weil dann brauchst du nicht lang rumfriemeln, sondern hast ein komplettes Paket in einem. Und kann man sich das dann super raussuchen. Das, was man halt in dem Fall braucht. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Lass den Namen da. Aber auf den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Dann wünsche ich euch viel Spaß jetzt beim Durchstöbern und dann beim Spielen und beim Gestalten. In diesem Sinn, zum Freifahrt macht's gut. Bis bald und adios. Musik 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 Musik